Wir sind 100 Leute mit 100 Autos. Let's go! Angriff! Und abwarten! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert hier, Digger? Leute, meine Kleine, was ist das? Willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal, Leute. Und heute machen wir ein Experiment in Fortnite. Und zwar 100 Autos gegen Christoph Kolumbus. Also gegen Kolumbo. Kolumbus. Kol-no-kol-f*** von Kaff. Freunde, und zwar habe ich das im Livestream aufgenommen mit meinen Freunden, Wife und André. Und ja, das sind eigentlich... Das sind meine Freunde. Stimmt, wirklich. Und Freunde, das Ganze haben wir im Livestream aufgenommen mit 100 anderen Leuten. Das heißt, wir sind auf die Map gekommen und haben 100 Autos eingesammelt und sind gegen die Kolumbus reingefahren. Und dann ist alles explodiert. Ich will euch eigentlich gar nicht spoilern. Deswegen schaut das Video bis zum Ende auf ihren bar Bruder Basis, Freunde. Und der Algorithmus küsst wieder unseren Arsch, weil ihr so viel geliked habt, Freunde. Ehrenhaft schaffen wir heute die 1500 Likes, Freunde. Das wäre richtig krass. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns jetzt beim Video. Viel Spaß. Okay, Freunde, wir sind jetzt im Game mit 99 Leuten. Wir machen Custom Games, Freunde. Und suchen jetzt den Christoph Kolumbus, damit wir mit 100 Autos gegen ihn fahren können. Und da haben sich schon welche, die Autos gesnackt. Okay, aber wir können uns einen Truck nehmen. Aber mit Trucks sind wir langsam. Aber es ist nicht so schlimm. Gehe dein Auto grabben und dann will ich Christoph Kolumbus finden, Freunde. Oh, er hat so mit Felgen, Melgen. Oder gib mir dein Auto. Auf Ehre. Auf Ehre gib mir dein Auto. Egal, mit dem Truck. Ich hoffe, Benzin reicht auch, Freunde. Wir müssen jetzt irgendwo ein Auto finden. Äh, den Kolumbo finden. Ja, ich bin gerade mit Spider-Man-Hart schon am Fliegen. Aber hier ist irgendwie keiner. Nein, bitte nicht. Christoph Kolumbus. Habt ihr ihn gefunden? Noch nicht? Nee. Der ist, warte. Ich habe keinen Tank mehr. Warte da hinten irgendwo. Was ist der? Ist der nicht ein bisschen außerhalb? Warte, warte, warte. Ich glaube, hier. Tankstelle erstmal tanken? Hier oder hier unten bei Chonker Speedway. Da irgendwo in der Gegend muss er sein. Hey, da war aber nichts. Sicher? Ja, gut, der muss ja nichts fahren, ne? Kann doch sein, dass er jetzt nur oben ist. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich... Oh ja, tank mal. Aber warte, der muss hier sein, Digga. Jede Runde, wo ich hier rumfahre oder rumrenne, ist der irgendwo. Ich habe eine Idee. Digga. Deck mir mal ganz kurz ein Auto. Ey, gönn mir mal bitte das Ding hier. Danke. Kann mir einer irgendein Auto geben? Ja, ich gucke mir den hier. Oh, ich bin nur Beifahrer. Das bringt nichts. Ah, hier. Perfekt. Gönn uns mal auf jeden Fall ein Auto. Ich nehme hier jetzt den, der vollgetankt ist. Okay, wir müssen jetzt einen Columbo finden. Der muss hier auch sein. Gefunden wo, Lavinia? Schreibt mir wo. Wo, wo, wo. Und die hat er eben auch schon gefunden. Ja, bin bei dem. Wo, 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 wo. Kurz vor John is he. Kurz vor John is he. Los geht's. Warte, warte, wo ist das? Alle, alle ein Auto grabben, Freunde. Kurz vor John is he. Hier, Digga. Also hier. Ja, ich habe ihn. Er ist genau hier, Digga. Er ist genau vor uns. Let's go. Okay, bitte auf der Straße versammeln. Da, wo ich bin, auf der Straße versammeln, Freunde. Mit allen Autos. Alle Autos hier auf der Straße versammeln. Ja, geht Quad auch? Quad geht auch. Alle Fahrzeuge. Egal, was es gibt, Digga. Tschüss, wie viele Autos, Digga. Wart noch auf alle. Macht keinen Scheiß. Noch nicht dagegen fahren. Kommt bitte her. Und dann schauen wir, was passiert, Digga. Guck mal. Gib dir, wie viele Autos wir haben. Digga, hier ist jemand, der gerade mein Autokop macht. Kannst du dir abschießen, einer? Hallo? Wartet, ich will immer nur so vertanken. Schnell, schnell, schnell. Okay, hey, hallo, 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 hallo. Entspannt euch mal, Jungs. Was macht ihr dann? Okay, oh, er ist sauer. Er ist sauer. Wenn der jetzt auf uns stirbt, dann bin ich richtig mad. Wir warten noch auf den Vive. Andre, wo bist du eigentlich? Komm gerade, Junge. Komm, Junge. Digga, wir sind einfach 100 Leute, Digga. Okay, ey, stellt euch mal richtig schön in einer Reihe auf. Nehmen mich, Freunde. Alle neben mich und nicht hupen. Alle schön neben mich aufstellen. Okay, ich komm. Okay, komm. Andre, auch da, Digga, mit Monster Truck. Okay, Jungs. Warte, 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 warte. Okay, hier ist gerade Dings, ein bisschen Auto-Karambolage. Ach, Digga, irgendwelche Leute fahren hier. Ja, Junge. Hallo. Egal, jetzt. Warte, ich hab mein Auto nicht. Ich hab mein Auto nicht. Oh, shit. Ich brauch ein Auto. Danke, Kuss. Hol dir einfach eins, Digga. Hier stehen nur 5 Wunders. Ich bin hinter dir, Digga. Okay, ich will mal sagen, wenn ihr alle da seid. Warte, 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 warte. Da kommen noch welche. Ich würde sagen, alle in die Autos. Christoph, Kolumbus. Warte, warte, ich brauch eine Waffe. Drop mir mal einer eine Waffe. Ich bin hier. Ach, Digga. Schieß auf den. Schieß auf den. Schieß auf ihn. Mach die tot. Mach die tot. Ehre. Ehre, Community. Ehre, Community. Okay, Freunde. Ich würde aber mal sagen, ich können mir, gib mir mal einer ein Auto. Hier ist ein leeres. Komm jetzt, komm. Warte, warte. Okay, Freunde. Wir sind 100 Leute mit 100 Autos. Let's go. Angriff. Und Abfahrt. Auf Christoph Kolumbus. Wo ist der? Digga, bei mir hängt alles, Digga. Da hinten. Vollgas. Wo ist der, Digga? Ich war vor. Ich sehe ihn, Digga. Bei mir leckt einfach alles. Digga, es leckt. Ich gebe Gas, Jungs. Angriff. Fahr rein, Digga. Fahr rein. Fahr rein. Ja, wie das aussieht. Okay, mach den aggressiv. Schießt auf ihn. Mach den aggressiv. Schießt auf ihn. Angriff. Ich guck von außen, wie das aussieht. Ich guck von außen, Digga. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was passiert hier, Digga? Du bringst Fortnite zum Crash, Junge. Ey, Lukas, steig ein. Wo? Hinter dir. Oh, ich werde überfahren. Oh, ich werde überfahren. Ah, perfekt, Digga. Egal. Wir gehen rein, Digga. Mit Boost. Wie egal. Digga. Oh, 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 oh. Oh mein Gott. Alle Autos brennen. Oh mein Gott. Alles explodiert. Bruder, ich schreck gar nichts mehr. Alles weg. Yo. Yo. What the fuck? Bruder. Bruder. Fahr. Fahr als Auto, Digga. Fahr in den Columbus Christoph. Christoph Kolumbiana, Digga. Ich schau rein. Komm, André. Ich bin neben dir. Los geht's. Rein da. Ich brenne. Du brennst. Dein Auto brennst. Alles gut. Ich bin draußen. Ich bin unter ihm gewesen. Juhu. Es ist in die Luft gegangen. André. Lies, hält mich. Ich bin tot. Ich bin tot. Oh mein Gott. Du hast mich gequillt, du extra. Ich habe gar nichts gemacht. Okay, Freunde. Wir schauen noch zu. Es sind noch üben viele Autos übrig. Die ziehen durch. Alle ziehen durch, Digga. Auf Ehrenbuder Basis, Digga. Oh mein Gott, du. Alles brennt und explodiert. Eine Karabulasche, Puder. Was? Okay, Freunde. Schau mal weiter. Gibt es überhaupt noch ein Auto? Ich glaube, es ist alles in die Luft gegangen. Warte mal. Ich guck mal. Ich glaube, es gibt einfach... Oh, die schießen auf jeden Fall. Doch einer hat er. Es gibt noch Autos. Steig ein. Let's go. Rein da. In Columbus. Rein da, Jungs. Ja. Oh mein Gott. Ey, man macht einen Schaden, ne? Oder machbar Schaden? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, wenn man wirklich... Oh, er ist unter... Columbus. Oh, Digga. Oh, und tot. Yo. Und tot. Digga, was passiert da? Oh mein Gott. Der haut einmal mit seinem Schwanz gegen ein Auto und das Auto kriegt. Das ist einfach explodiert, Digga. Krank. Eisgrem, fahr mit einem Auto rein, Junge. Was machst du da hinten? Ja, das sieht völlig aus. Okay, Freunde. Aber, Digga, was war das gerade, Jungs? Holy Moly, Digga. Die sind alle da reingefahren. Und er wollte einfach nicht sterben, Digga. Er wollte einfach nicht sterben. Guck mal, sie fahren immer noch rein. Holy Shit, Digga. Oh, 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 er rastet aus. Jetzt aufs Auto. Okay, Freunde. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abonnenten. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie ihr den Namen von Columbo findet. Weil ich fand Peanut Butter oder Pancake oder Buttercake viel süßer für dieses Monster. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst natürlich ein Like und ein Abonnenten. Checkt euch hier nochmal André und Arrive seinen Kanal ab. Denn da haben wir auch was aufgenommen, Freunde. Deswegen auf Ehemutterbasis supporten alle Jungs. Creator God Automapique, Arrive oder André Hilfselantee, Freunde. Wir sehen uns morgen bei einem neuen Video um 18 Uhr. Peace out. A-Town. Jetzt kommt ein Song von Jarmil, weil wir wahrscheinlich strecken müssen. Jarmil, der Arme will gerade nur Videos schneiden. Er fährt jetzt, er muss einen Song machen. Ja. Das ist gerade vorm PC. Oh, nee. Nervt nicht. Nervt nicht. Peace. Undré ist fett und eingebildet und denkt, der Jarmil hat kein Film. Es ist Otomal. Ja, Otomal. Ich mach dir kein Klump-Song, doch dafür einen Song davon. Wie fett du doch bist. Ja, wenn du noch einmal fragst, ob ich den Song mache. Erkündige es. Erkündige das.